Hallo meine Lieben, Willkommen zurück zu Linda Barnes und der Active Story. Wir wissen ja, was letztes Mal in Episode 9 passiert ist. Und nun geht es weiter mit Episode 10. Und Werbung. Genau da sind wir stehen geblieben, dass diese Danine mit dem Foto mit dem einen mit Thor drauf ist. Das Festival ist hierbei. Und das Johanna und Dante. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh Mann, ey. Ja, wir fragen sie mal nach Daniela. Mal gucken, was sie sagt. Wie sie versucht auszuweichen. Oh oh, er sieht die. Oh yeah. Rodrigo. Rodrigo. Wir sagen, dass Daniela nicht die ist, für die sie sich ausgibt. Okay, das ist aber gut. Nichts sieht dies oder er und Ronaldo. Wie soll denn denn jeder kann alles erklären? Oh, jetzt weiß er es. Ja, 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 jetzt weiß er es. Nein. Wie war das? Oh, das war ganz schön Aufklärung. Wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Episode. Bis dann, meine Lieben. Ja. 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 Ja.